Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sehen wir uns den neuesten Film von Marvel Studios an, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bleibt dran! Vor ein paar Tagen durfte ich mir im Kino Doctor Strange in the Multiverse of Madness ansehen. Und ich kann euch sagen, seit Avengers Endgame ist es der beste MCU-Film in den Kinos. Er hat sowas von Spaß gemacht und bei seiner Spielzeit von knapp zweieinhalb Stunden war es keine Minute langweilig. Es hat so viel Spaß gemacht, diesen Film im Kino zu genießen. Trotzdem habe ich ein oder zwei Kritikpunkte. Werfen wir kurz einen Blick darauf. Es beginnt Action geladen. Es beginnt im Multiverse. Und dieses Tempo, was wir schon in den ersten fünf Minuten zu Gesicht bekommen, wird über den ganzen Film hinweg aufrechterhalten. Nur unterbrochen durch ein, zwei dramaturgische, dialoghafte Szenen, die entweder die Hintergründe der Charaktere beleuchten oder zur Weiterentwicklung dieser beitragen. Dann kommen wir gleich zu den Hintergründen und zu den Beweggründen der Charaktere. Es wird ja das eine oder andere Mal erwähnt, man solle Spider-Man No Way Home gesehen haben. Es wird das eine oder andere Mal erwähnt, man solle Wonder Vision gesehen haben. Braucht man nicht. Keine Sorge, wenn ihr eines von beiden nicht gesehen habt, ich kann euch versprechen, ihr werdet den Film genauso genießen, als wie wenn ihr die Serie oder den Film gesehen hättet. Ja, ein oder zwei Verweise, die werden vielleicht nicht so deutlich verstanden werden, aber man braucht es nicht, um den Film dramaturgisch zu verstehen. Auch bei Wanda ist es nicht unbedingt notwendig, die Serie gesehen zu haben, weil sie es schaffen in dem Film, ihre Beweggründe, warum passiert was, genau zu erklären, ohne zu viel Zeit darauf zu verwenden oder etwas noch einmal zu wiederholen. Beziehungsweise wenn es wiederholt wird, dann ist es sehr subtil, dann ist es eher so als Referenz auf dieses Werk zu verstehen und nicht als Voraussetzung. Für Doctor Strange und die Connection zu Spider-Man No Way Home ist es bis auf ein oder zwei Sätze überhaupt nicht notwendig, diesen Film gesehen zu haben. Es wird in einem Satz mal kurz Spider-Man erwähnt, es wird darauf referenziert, auf die Ereignisse von No Way Home, das war's. Ja, Spider-Man No Way Home ist quasi der erste MCU-Film, wo wir explizit und tiefer in das Multiverse vordringen, aber hier sei auch gesagt, es wird genug in Doctor Strange in the Multiverse of Madness erklärt beziehungsweise gezeigt, so ist es nicht unbedingt notwendig, diese Filme, diesen Film gesehen zu haben. Auch die Serie What If wird eher referenziert, beziehungsweise auch nicht ganz explizit referenziert, sondern es gibt Parallelen, sagen wir so, es gibt Parallelen zu What If, was auch diese Serie nicht unbedingt als notwendige Voraussetzung macht, um den Film genießen zu können. Doctor Strange ist wie gewohnt sarkastisch und in gewisser Art und Weise vielleicht uneinsichtig, aber er macht eine gute Entwicklung, eine gute charakterliche Entwicklung in diesem Film durch. Vor allem in Bezug auf die anderen Doctor Strange aus den Paralleluniversen erfährt man viel über seinen Charakter, auch wenn er sich jetzt seltsam anhört, es sind doch immer irgendwo die gleichen Züge von Doctor Strange wiederzufinden. Der Film dient auch sehr gut dafür, Doctor Strange als neuen Anker, als Charakter, der alle wichtigen Ereignisse im MCU verbindet, vorzustellen und einzuführen. Nachdem er Iron Man in Avengers Endgame sein verdientes Ende gefunden hat, ist Doctor Strange eine logische und gute Wahl, hier weiterzumachen. Wanda bzw. Scarlet Witch ist definitiv die Überraschung des Films. Ich muss ihr gestehen, ich hatte über den Zeitraum von WandaVision bis Doctor Strange in the Multiverse of Madness zwei oder drei Theorien, in welche Richtung der Film gehen könnte. Und man muss hier wieder Marvel loben, in seiner Einfachheit und in seiner Effektivität, der erste Eindruck. Der Film ist so, wie der erste Eindruck von mir gewesen ist, wie so meine erste Interpretation während WandaVision war, wie der Film sein könnte. Ich will damit sagen, von der Handlung her könnte man als Enttäuschung wahrnehmen. Ich hatte auch dann im Verlauf meine Theorien etwas ausgedient und größer gesponnen in Richtung Einführung der Mutanten, in Richtung Veränderung der tatsächlichen Realität des MCU. Inwiefern das jetzt in diesem Film verwirklicht wurde, ist subjektiv. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich war es hier in Bezug auf meine Theorien jetzt nicht eine Enttäuschung, weil ich es gut finde, wenn Theorien so nicht passieren, wie man sie sich gedacht hat, weil dann wäre es ja vorhersehbar und niemand hat Spaß an einem vorhersehbaren Film. Und das ist hier definitiv nicht so. Aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, okay gut, das wäre meine erste Intuition, keep it simple und das ist mir gezeigt worden, das flasht mich jetzt nicht so. Kann ich auch verstehen. Aber für mich ist das eine spurweit das Erfolgsrezept von Marvel. Keep it simple, einfach, einfach strukturiert, einfache Story, leicht zu erzählen, leicht als Solo-Film zu inszenieren und das ist eben das Erfolgsgeheimnis der Marvel-MCU-Filme. Sie funktionieren im Konstrukt des MCU mit Referenzen und Anspielungen genauso gut wie als einzelnes Werk. Das war noch bei jedem Film so. Und das ist auch wichtig, dass auch Menschen, dass auch Zuseher abgeholt werden, die nicht alle Filme im MCU kennen und trotzdem Spaß an einem Film haben können oder an einer Serie. America Chavez, die wir ja schon aus den Trailern zu Genüge kennen, ist für sich genommen jetzt auch nicht die große Überraschung des Films. Sie ist Object of Interest, also es dreht sich um sie, sie ist der Kernpunkt der Handlung, sie ist der Grund für die Handlung, aber das kennen wir ja schon aus den Trailern. Und auch hier wird nicht so viel erzählt, aber gerade so viel wie notwendig. Wo kommt sie her, was sind ihre Beweggründe, was ist ihr passiert? Für mich einer der Kritikpunkte, wo ich mir persönlich schwer tue, ist, dass wir jetzt das MCU als Erde 616 als Kanon ansehen dürfen. Es wird erwähnt, explizit erwähnt, das MCU befindet sich auf Erde 616. Hier habe ich so meine Probleme damit, denn das Comic-Universum, das Standard-Comic-Universum ist Erde 616. Jetzt stellt sich mir die Frage, haben wir durch den Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nur zwei Erden 616, die parallel laufen? Ist es nur eine Referenz und das Universum des MCU bleibt wie gehabt Erde 1, 9, 9, 9, 9 und nur im Universum wird halt diese Erde mit 616 durchnummeriert oder ist es jetzt insofern Kanon, dass sich vielleicht das Comic-Universum mit 616 ändert und das MCU 616 wird, für mich ein riesengroßes Fragezeichen. Für mich als Comic-Sammler und Comic-Fan ein riesengroßes Fragezeichen, eine Verwirrung, die ich nicht gebrauchen könnte, weil so diese bisherige Eingliederung, Einteilung in den einzelnen Erden durchaus Sinn gemacht hat und verständlich war, einfach war, wieder keep it simple. Jetzt mit der Erwähnung, das MCU-Spiel auf Erde 616 bringt man für mich eher Konfusität rein und Verwirrung. Ich bin davon kein großer Fan. Die Entwicklung von Wanda in Bezug auf Doctor Strange als Charakter ist mitreißend, vor allem im Finale, ist die schauspielerische Leistung von Elisabeth Olsen nicht hoch genug anzurechnen. Man füllt von Anfang an mit ihr mit. Man versteht ihre Beweggründe, man versteht ihr Handeln. Also man kann es insofern nachvollziehen, als für sie ein Grund sich so zu verhalten und denkt sich so circa ab der Hälfte des Films, komm doch wieder runter, werd wieder normal. Das ist total crazy und psycho. Und hier bei dem Stichwort psycho kommen wir auch zu dem unter Anführungszeichen Tag des Films Horrorfilm. Für MCU-Verhältnisse und so wie Wanda sich darstellt, was Wanda macht, ist es ein Horrorfilm. Ist es der erste Horrorfilm im MCU. Es gibt schockierende Momente, es werden Genicke gebrochen, es werden Schädel zermatscht. Und wow, denken wir sich, okay gut, das habe ich bis jetzt noch nie im MCU in so einer krassen Deutlichkeit gezeigt bekommen. Es fließt viel Blut und Anführungszeichen für Marvel-Verhältnisse fließt viel Blut. Und das wäre auch etwas, was man kritisieren könnte mit dieser FSK-12-Freigabe des Films, ist man natürlich für Horrorfans und am Niveau von Horrorfans natürlich nicht bei einem klassischen Horrorfilm. Diese Zuseher werden sich sicher denken, okay, er verdient diesen Subtext des Horrorfilms nicht. Aber wenn wir im MCU bleiben, ist es einer der von der Bildsprache her schockierendsten Filme. Und das macht auch Spaß. Das tut dem Film definitiv gut, weil Sam Raimi ein Fingerspitzengefühl bewiesen hat bei den Momenten, wo er es einsetzt. Er legt es nicht als Must-Have vor, sondern gibt es so als Sahnehäubchen obendrauf, diese Schockmomente, den Zuschauer zu schockieren. Und das wiederum gibt dem Film eine, jetzt vielleicht nicht horrorhafte Note, aber eine definitiv ernste Note, eine realistische Note. Und das finde ich gut, das hat mich abgeholt, das hat mir sehr Spaß gemacht anzusehen. Die Reisen ins Multiverse von Strange, von Wanda, von America Chavez passieren auf eine, nicht vorhersehbare, aber logische Art und Weise. Ein-, zweimal könnte man vielleicht jetzt einen Faden verlieren, wie sind sie jetzt wohin gelangt, wenn man nicht alles gut genug mitverfolgt hat oder jetzt davon überrascht wurde und keine Zeit zum Nachdenken hat. Aber das bleibt nicht als negative Eigenschaft hängen, definitiv nicht. Die Nebencharaktere überraschen ebenso. Und zwar, weil sie sich richtig ins Zeug legen. Sie sind nicht nur ein Augenschmanker, so wie wir es aus dem Trailer kennen, das Auftreten von Professor X, sondern sie schaffen es sofort, eine Bindung mit dem Publikum aufzubauen. Auch wenn zum Beispiel Professor X jetzt relativ kurz in dem Film auftritt, ist sofort eine Connection da, ist sofort eine Bindung mit dem Publikum da. Und auch das ist gut und positiv anzurechnen, weil es doch eine Fülle an Nebencharakteren sind, die mehr oder weniger tragend und wichtig für die Handlung sind. Oder die Handlung zumindest vorantreiben. Und auch hier hat Regisseur Sam Raimi ein gutes Gespür für Timing und, ich sage jetzt mal, Anzahl dazu gefunden. Das Finale an sich von dem Film lässt so das eine oder andere Fragezeichen zurück. Im Sinne von, man kann jetzt wieder seine Theorien weiterspinnen. Es ist jetzt nicht opulent und man, glaube ich, darf jetzt nicht in den Film reingehen und sich eine Kopie von Avengers, Infinity War oder Endgame erwarten. Also was jetzt die Kämpfe angeht, an Masse, an Größe, an Dimension. Das darf man nicht. Aber für die Dimension des Films, für die Größe des Films und die Handlung ist das Finale schockierend. Schockierend einfach. Psycho, psychologisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne jetzt hier zu viel zu verraten und zu spoilern, alleine nur für das Finale würde ich wieder in diesen Film gehen und mir diesen Film ansehen. Alleine nur für die 10 Minuten am Schluss würde ich mir die restlichen 110 Minuten, 130 Minuten auch liebend gern wieder ansehen. Auch wenn jetzt die einen oder anderen vielleicht negativ kommentieren, dieser Film verdient den Titel in dem Multiverse nicht. Weil sich jemand vielleicht durch seine eigenen Theorien oder durch den Medienhype mehr erwartet hat. Das wäre auch noch zu kritisieren, beziehungsweise zu erwähnen. Man darf sich jetzt von dem Titel, er führt dann nicht in die Irre, aber man könnte doch mehr Erwartungen an den Film haben, als was er dann tatsächlich bietet. Obwohl wir für meine Verhältnisse mehr als genug Reisen im Multiverse haben und mehr als genug wieder über das Multiverse erfahren, könnte es für den einen oder anderen Zuschauer doch zu wenig sein. Das wären, so jetzt aus meiner Perspektive nach dem ersten Mal Ansehen und zwei Tage dazwischen, der erste Eindruck, den ich vermitteln kann über den Film. Ich habe es definitiv vor, den Film in relativ kurzer Zeit nochmal zu sehen und eine detailliertere Kritik abzugeben, beziehungsweise vielleicht die ein oder zwei wichtige Szenen im Detail zu beleuchten. Aber gut Ding, braucht Weile. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, der Film, wenn ihr ihn gesehen habt oder euch ansehen werdet, macht euch Spaß. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.